Hallo, das ist sie noch nicht, die Rapid Viertelstunde, sondern das ist eine Ankündigung für die Rapid Viertelstunde am kommenden Freitag auf W24. Dieser Mann ist dann bei mir in der Sendung. Stell dir vor. Ja, ich hoffe, ihr kennt mich. Ja, wer bist du? Ja, was soll ich jetzt sagen? Wie heißt du? Okay, und dann? Und dann, wo du spielst. Okay. Also, nochmal, bitte. Ja, hallo, da spricht der Arne Dober. Ich spiele bei Rapid 2 und freue mich schon auf das Interview mit dir, Andi Marek. Das werden wir dann noch sehen, ob das gut wird. Bitte, einschalten. Die Rapid Viertelstunde auf W24.